Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Nimm den Namen von Fürst Oda Rache und rette die Dame Chacha. Es gibt nur diesen einen Weg. Das ist der Preis, der Preis, den ich zu zahlen habe. Der Preis für deine verdammte Freiheit. Und? Hast du sie gefunden, deine Freiheit? Warst du jemals frei? Weglaufen kannst du jetzt nicht mehr. Nicht vor deinem Schicksal.